Hallo, da bin ich wieder. Ihr seht, ich bin nicht da stehen geblieben, wo wir eben waren. Na, nicht auf mich. Secret of Mana hat mal wieder beschlossen, eine kleine Fehlermeldung bei mir zu machen. Äh, ich mach mal hier mal Poffi. Ich hab Poffi. Na, ich hab Poffi. Na, ich hab Poffi. Ich hab Poffi. Ja, ich hab Poffi. Oh, ich hab Poffi. Ah! Lava-Waste open! Airblast! Airblast! Lava-Waste open! So I don't know did I add it. Up the drop! Yeah. Guck mal. Die einfachsten Sachen fallen mir natürlich halt bei. Na, da gehen wir den Maus. Guck mal, gehen wir doch den Maus? Kann man da hin? Ich weiß nicht, wo ich da warte, sind das Freunde... Ist das ein freundlicher Pils? Oh! Hallo! Ein freundlicher Pils, du auch? Awww! Guckt doch, Leute! Das sind tolle Pilze! Awww, da hab ich euch geklöden! Metanga! Awww, ich mag die! Kann ich irgendwo noch länger bleiben? Agnetan means goodbye! Ah, das ist mit Tango rückwärts. Kann ich hier auch irgendwo heilen, schlafen... Puscheln! Puscheln! Puscheln geh! Okay. Äh, sorry! Wollt hier gerade nicht... Wollt hier gerade nicht... Wollt mich gerade den Pilz zu aufdringlich behandeln. Ja, wenn ich länger bleiben könnte, würde ich länger bleiben. Aber anscheinend nicht. Oh, doch! Hallo! 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 Ja, hab ich hier eigentlich ohnehin... Tuffelkönig! Mit Tuffelkönig! Mit Tuffelkönig! I'm sure King Truffle would be willing to help you! So ist das Lerb. Ich hab mir noch einen Pilz. Tuffelkönig. Tuffelkönig. Ich bin jetzt hier wieder... Es ist nicht so schnell... Tuffelkönig. 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 Oh, der wird mir auch stehen. Aber den trägt er trendy. Oh, der will noch einen. Die Musik hört sich aber bedrohlich an. Aber ich habe mir gerade wehgetan beim Gucken. Jetzt geht es wieder. Du musst mich ein bisschen streicheln. Du wieder. Dieser Zwerg. Da. Ach, die Kleine benutzt gerade die Axt. Wollen wir jetzt in diese Gemälde reingehen? So, die Kleine kriegt mal wieder ihren Dings da zurück. Das ist Grinch. Das ist du. Du bist hier am Ende. Schön zu treffen, legendärer Hero. Huh? Haha, nicht zu spüren. Du denkst, dass wir nicht die Legenden hier wissen? Ein Hero von großem Geist mit sword auf die Hand. Er riecht auf die Wände eines Drogen. Okay. Und wo ist der Drache? Hm. Und wo ist der Drache? Hm. Hm. Okay. Dann müssen wir das erstmal heilen. Schlafen wäre auch gut. Können wir auch reichen. Ach. Oh. Aha! Hm. Sperrorp. Schlafen würde mir reichen. Das ist Halle. Das ist wie es ist. Ich bin auf dich betrachten. Oh. Oh. Ja. Er kann mich trotzdem mal irgendwo schlafen lassen. Of course we know the legend. A Mana Beast took down the Mana Fortress and destroyed the world. You know, in the past, there used to be beasts around here that were kinda like the Mana Beast. Sometimes these black shapes fly through the woods. I've seen them. Our ancestors were said to have ridden through the sky on flying creatures. Creatures like white dragons. Well, those are practically extinct now. Did you hear? A white dragon was spotted yesterday in a cave to the north. Whoa. I saw a white dragon up in the mountains. They're supposed to be extinct. Okay. Ich hab verstanden. Ich muss in den Norden gehen. Schon klar. Ich glaub der Speer. Da. Benutzt hier ja für die Waffen gar nicht. Habt ihr schon gemerkt, oder? Wahrscheinlich nicht. Ah, vielleicht kann ich da. Hallo. You may pass. Wichtig. Oh. Okay. Hallo. Ciao. One night is 50 GP. Oh ja bitte. Sogar gar keine große Diskussion heute. Sogar gar keine große Diskussion heute. Machen wir uns mal auf den Weg in den Norden. Ach, schön schlafen kaputt. Da komm ich auch irgendwo hin. Uh, da komm ich auch irgendwo hin. Äh, ach so. Weg in den Norden. Zufall. Ach, der Süd im Norden. Jetzt hab ich mich aufgeladen. Oh. Glück war die Scheiße auf mich. Glück war die Scheiße auf mich. Ja. Och. Ja. Hier, Fischer wollte das so. Ha. Oh, fuck. Mann, Mann! Ja. Hat er mich gebissen? Oh, hier wird auch nein. Kann man hier schon beschneiden. Oh. Au. Oh. 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 Ich bin hier ein bisschen mit Top. Einfach, um ein bisschen die Wind zu trainieren. Ich bin nicht... Das war's für heute. Oh, hef, du bist hier. Das war's für heute. 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 Super, haben sie gekriegt. Das war's für heute. 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 Nein, dann rennen wir jetzt mal ein bisschen an die Höhung. Ist auch egal. Sprena Kappa! Kopfhörer vom Kopf genießt! BOOM! Okay? Winn! Moment, könnte es auch mit... Nein, machen wir es so. Ah, schon viel Zeit. Und da unten geht es nicht weiter, oder? Nein, sieht nur so aus. Dann kommt ein kleines Elfenkind.